Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Ujumbilin, Zweite Bundesliga 2017-2018, 28 Spieltag, Kräuterfurt gegen Ujumbilin, Ergebnis 2 zu 1. Start 11, Kräuterfurt, Buskert, Hebert, Machloka, Kori, Witweidig, Koriang, Jasu, Kassula, Aki, Ernst, Gen, Nati, Start 11 von Ujumbilin, Busk, Balony, Leistener, Friedrich, Prümel, Groß, Trimmel, Peter Sonn, Daubi, Horst Denärch, Helmut. Das war's von Kräuterfurt gegen Ujumbilin, 10.02 Uhr.